Mal über die erste Pressing-Reihe von Hertha, die gab es in der ersten Halbzeit gar nicht. Und dann Daniel Wahl, Toruna Riga, Achtung, was für ein Strich von Philipp Grüneberg. 71. Minute, 1 zu 1. Ich lege mich fest, jetzt schon Tor des Monats, Januar. Und kein Zufall bei Grüneberg mit seiner Schusstechnik, der ist immer mal wieder in der Lage, so einen rauszuhauen. Bis zum nächsten Mal.